Herzlich willkommen bei der Meisterfaktur. In diesem Video erfahren Sie, wie Sie unsere Rohrreinigungsspirale richtig anwenden. Wir empfehlen das Tragen von Schutzhandschuhen und einer Sicherheitsbrille. Nutzen Sie für eine deutlich einfachere Handhabung beispielsweise einen Eimer. Legen Sie zuerst die Spirale in den Behälter und entfernen Sie die Kabelbinder. Öffnen Sie nun die Feststellschraube des Griffes und ziehen Sie die Vorderseite der Spirale hindurch. Schieben Sie nun die Spirale per Hand in den Abfluss. Sobald Sie einen Widerstand spüren, ziehen Sie den Griff ca. 15 cm über den Abfluss auf und fixieren Sie anschließend die Feststellschraube. Rotieren Sie nun den Griff und schieben Sie gleichzeitig die Spirale weiter in den Abfluss. Durch die Rotation schlingelt sich die Spirale um die Rohrbiegung. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis die Spirale mehrere Meter im Abfluss ist. Um die Anwendung zu beenden, ziehen Sie die Spirale per Hand aus dem Rohr. Sie können bereits beim Herausziehen Papiertücher verwenden, um die Spirale von Schmutz und Feuchtigkeit zu befreien. Entfernen Sie anschließend den Griff und rollen Sie die Spirale mithilfe des Behälters wieder auf. Zum Abschluss empfehlen wir, die Spirale mit Öl oder einem Rostschutzmittel nachzubehandeln, um Korrosion zu verhindern. Wir vom Meisterfaktur-Team bedanken uns für Ihr Vertrauen.